Wir haben noch eine etwas fiesere Übung, aber wenn wir kleine, schnelle Leute haben, dann sind diese Low-Single-Shots ganz gut. Das heißt, wenn wir schön tief gehen können und gerade wirklich nach vorne in den Gegner reinarbeiten können, schnappen wir uns wieder. Hinten den Hacken, also ein Enkelpick, und wir gehen einfach tief rein. Sieht bei mir wahrscheinlich ohne elegant aus, als bei Leuten, die da richtig gut drin sind. Gehen rein und ziehen wirklich tief und gehen sofort drauf. Und das muss halt ein konsequenter Zug am Hacken sein. Ich muss mit dem Oberkörper das Bein blockieren und das Ding richtig durchziehen. Und das klappt ganz gut, wenn ich wirklich einen Stumpf in den Reihen schute. Ich bin hier. Und bleib da tief bei. Das ist nicht die beste Technik für so große, schwere Leute. Aber sie ist auf jeden Fall weg. Hacken des Gegners. Geh rein, bleib tief. Und zieht runter durch. Und wie ihr seht, rutsche ich ein bisschen auf dem Knie. Und das ist am Ende auch das, was wir auf der Matte wollen. Sie sagen, wir schuten da schön rein. Und machen ein paar Bewegungen, ein paar Zentimeter. Wenn wir hier seinen Fuß angreifen, wollen wir hinterher mit unserem Bein wirklich dahinter sein. Die Kombination daraus, dass wir in ihn reinbewegen und sein Bein nach hinten durchziehen, nimmt ihn eigentlich den Stamm da. Schulterwurf, bisschen Nagel, dass wir auch wieder in den Drill haben, wo wir sagen, wir gehen. Einfach immer rein und ziehen ihn tief. Im Prinzip ist es eigentlich egal, ob die Beine dabei zusammenbleiben oder nicht. Oder ob du runter den Gegner durchschießt. Das ist halt auch wieder in den Drill. Und wenn ihr den ausweiten wollt, dann schießt ihr halt einfach direkt durch, schmeißt euch in die Knielage und zieht halt dann, dass ihr sagt. Und zieht den vor euch. Und das könnt ihr dann auch so ein Mix machen. Dann haben wir auf einmal für den Boden, wenn wir da schon sind. Was sie sagen, wir wurden von außen umklammert, sind selber in einem Vierfüßlerstand, Turtle Position, wie auch immer. Und wollen da wieder raus. Dann ist es halt die klassische Art zu lösen. Ein Sit-Out. Das heißt, der Einarm geht hoch. Eins bleibt unten. Das hintere Bein schießt, also das Bein, wo der Arm unten ist, schießt durch. Und dann haben wir so eine Bewegung. Und gehen quasi aus der Umklammerung, die hier ist, raus. Und sind seitlich vom Gegner. Und das können wir halt auch in der Zeit so machen. Wir können auch auf der Position das machen, dass wir sagen, wir bleiben am selben Fleck. Wir machen es abwandeln, dass wir sagen, wir machen es vom Unterarmstütz. Wir sagen, wir bleiben dann auch vom Unterarmstütz. Schießen wir schön tief durch. Schön kompakt. Vielleicht auch abgekniet. Kurz hoch. Wir brauchen nicht viel Platz. Und dann durch. Hoch. Und dann durch. Und sind wieder da. Eine Anlehnung dazu, dass wir auf der Stelle sind. Gegner hat uns wieder umklammert. Wir sagen, wir gehen hier mit dem Unterarm in ihn rein. Wenn er uns so umklammert hat, dass wir hier unten reingehen. Seinen anderen Arm festhalten. Und uns dann einfach über die Schulter in den Reihen rollen. Und der Drill dazu wäre halt. Dasselbe wie der Sit-Out. Bloß, dass wir uns auf der Stelle einfach drehen. Und sagen. Wir versuchen ihn hier. Dass wir jetzt auf seiner Schulter und seinem Arm drauf liegen. Ein bisschen abstrakt vorzustellen. Aber die Übung ist gut. Und geht halt. Für beide Seiten. Auch lange Beine. Und wir wollen uns wieder zurück. Weil wir Druck rein haben wollen in den Gegner. In diese Schulter. Hüfte hoch. Druck rein. Und das ist dann die Übung. Krabbelnett. Und daraus immer wieder zurück. Runter. Okay. Gehfüßterstand. Die Übung zum Rollen. Und das ist auch eine Kräftigungsübung. Wir gehen immer durch. Mit einer Seite. Bei uns zum Happen. Wollen gerade einmal nach vorne. Und dann geht es so schnell wie möglich wieder zurück. Und wechseln. Die Seite. Und das ist halt durchgehend. Und das wäre die Bewegung. Und das wäre die Bewegung. Von der Seite nochmal. Wir gehen durch. Greifen und dann Hacken. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und Skifahren. So. Im Grunde wäre das noch. Wenn man das 30 Sekunden macht, dann hat man eigentlich auch gut Wasser auf dem Rücken. Das ist es. Bis zum nächsten Mal.